Prinz William, hier scherzt er mit Fins über Ehefrau Kate. Als Prinz William, 40, und die Prinzessor Vales, 41, am 19. Juli 2017 das Brandenburger Tor durchschritten, jubelten ihnen die Menschen erwartungstaumelnd entgegen. Das royale Paar nahm sich die Zeit für Selfies und kurze Pläusche. Dabei erlebte der Sohn von König Charles, 74, ein zauberhaftes Déjà-vu, allerdings mit kleinem Haken. Der heutige Thronfolger musste schon damals auf die bittersüße Art erfahren, dass augenscheinlich seine Frau Catherine das Zepter in der Hand hält, und ihn durchaus bei dem ein oder anderen Fan in den Schatten stellt. Seine witzige Reaktion auf das glühende Begehren einer jungen Kate-Anhängerin sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, TikTok.com